Let's get this party started! Fikajam! Mal gucken, ob man da noch was holen kann. Schade. Ich dachte, da gibt's vielleicht noch irgendeinen special Musik-Track oder so. Ich hab ein bisschen rumprobiert, was Angriffe und sowas angeht. Ich hab Tiara & Ribbon ausprobiert. Kann ich auch mal kurz zeigen. Ich hab ausprobiert, hier die schwarze Dragunov. Lauter solche Sachen. Den Wolfsschreiter. Fand ich jetzt alles nicht so geil. Ich hab mich dazu entschieden. Wir werden den Dampfhammer drunter halten. Wir nehmen zweimal den Herzstopper. Das funktioniert nämlich, dass du jeweils eine Abklingzeit aktiv haben kannst. Und ich bleib beim Salbenfeuer. Also, wir haben alles hier schon gequatscht. Das einzige, was jetzt noch zu tun ist, ist gegen Hyper Canyon anzutreten. Auf geht's! Putz deine Arten ab. Es ist Zeit. Lass uns diesen Basterd zeigen, was unser 210% Potenzial ist all about. Was? Hell yeah, dude! Kann ich einen Bolter! Alright. Huuuriah! 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 Schau, wer ist hier! Alles zu dir, Mann! Ja, genau. Du hast den alten Mann selbst geklappt. Ich hab nichts damit zu tun. Ich hab nichts damit zu tun. Oh, ich liebe den Track, der gerade läuft. Das ist so ein guter. Aber ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin nicht zurückgehalten. Es ist Zeit für dich, meine 100%. Ah, ich bin schon gespannt. In den virtuellen Campen war es am Ende auch schon ein bisschen knackiger. Bring es an. Lass uns das jetzt übergehen, Mann. Ich hoffe, er ist wirklich krass drauf. 390 mit 30 Rüstungen. Er wird auf jeden Fall dran sein. Aber wir können ihn so richtig zusetzen. Wir können ihm richtig zusetzen. Oh, das war der Kopf, oder? Jambate! Crap, ich wollte eigentlich hier drauf. Boss! Ja. Na gut. Dann machen wir hier schon mal, zumindest in den ersten beiden Runden, die Arme unbrauchbar. Den einen Arm machen wir erstmal unbrauchbar. Das ist nämlich der Arm, der zum Blocken benutzt wird, wenn er denn benutzt wird. Von daher gucken wir, dass wir ihn da erstmal rauskriegen. So, dann zeig mal. Was machst du? Showtime. 30. Wow. 30 Panzer auf die Brust zurück. Boss! Okay. Wieso hat der eigentlich so viel... Der hat immer 20, 10, 30, für... Okay. Sehr interessant. Machen wir jetzt mal folgendes. Ich werde ihn mal auf meinen rechten Arm zwingen. Wir haben nicht nur den Muni. Das haben wir... Ne, wir reparieren doch nicht. Wir machen das wirklich hier mit ihm. Er kriegt aber auch heftig Moral dazu, ne? Er kriegt aber auch heftig Moral dazu, ne? Jedes Mal. Scheiße. Ach, scheiße. Wir haben nur noch einen AP. Crap. Jetzt würde ich eigentlich den, ähm... Einen Angriff auf den Tor so fahren. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. Was? Warum? Was? Warum? Das Gesicht. Ja. Ich bin fertig mit Mech-Fighting, wenn dieses Tournament ist. Die Scheiße hat sich auf meinen Körper genommen. Oh, krass. Also, ich habe ein Ultimatum. Entweder habe ich verletzt, meine Körper für den Lieben dieses Sport, oder ich werde ich auf den nächsten Jahren und singen auf dem Platz für die nächsten Jahre meiner kurz lebenden Jugend. Ich habe entschieden, dass ich mehr tanzen möchte, du kennst? Wissen Sie? Ich liebe meine Leben als Popstar. Nice. Aber... Das ist schlechte Nachrichten für dich. Weil ich will nicht meine Karriere mit einem Gewalt enden. Ich nehme heute die Queen aus. Hau! Oh! Das ist ein schwerer Blatt! Oh! Oh! Oh, das ist wirklich. Oh! 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 Es ist kurze Distanz. Ich glaube, wir würden da nicht genug Spamage machen. Ich glaube, wir machen 95 Schaden, müsste es, glaube ich, sein von hier. Lass mal ausprobieren. 100? Okay. Ach stimmt, wir haben ja den Standardangriff erhöht. Ah, da war ja was. Da war ja was. Lass ihn mal einfach zurückpushen. Der überlebt das ja. Pannion, fabulous! Für mich, die wichtigste Sache in der Welt ist Musik, you know? Ich denke viel über das, wie alles in die Musik verwendet. Like, all of das, jetzt. Das ist Musik. Every punch, reaction, movement. Es macht mein Herz spart. Ich denke, dass die meisten Piloten vergessen. Natürlich, alle technischen Probleme und Sachen sind sehr wichtig, aber für mich... Es ist egal, ob du ein vier-armte Gitarist bist, die eine 5-Neck-Elektrik-Gitarre von Höhe holst, wenn du das einzige, wie du spielst, ist Happy Birthday. Moment, vergleicht er uns gerade mit dem Landstreicher? Ich weiß nicht, ob ich weiß, was du sagst. Es ist egal, wir machen gute Musik, Pal. Enough für die Chit-Chatung. Ich hoffe, dass du bereit bist für meine letzte Kampf. Er sagt es schon wieder, aber er hat doch vorher gerade gesagt, er möchte danach mit gegen Queen kämpfen. Weil hier kommt es! Es ist Furia-Zeit, Aniki! Keine Ahnung, was Aniki ist. Er repariert den Tor so. Hyper Canyon-Blick geht auf alles. 195 fucking Damage. Wow. Er tut schon weh, ja. Aber. Guck mal, was mein rechter Arm kann. Er kann sich komplett vollheilen. Guck mal, wo du draufhauen darfst, auch meinen rechten Arm. Okay, was machen wir als nächstes weg? Und gleich den Arm oder den Kopf. Ich glaub, der Arm. Gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Story rauskriegen hier. Ich könnte noch einmal schießen und dann nichts mehr machen. Deswegen. Mushi, mushi. Mushi, mushi. Machen wir doch immer lieber den hier. Oh, das ist ein schwerer Blatt. So, den Arm kann er jetzt auch erstmal vergessen. Was machst du jetzt? Hast du was im Torso oder Kopf? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ich liebe die Mut. Wuhu. Wuhu. Ganz meine Rede. Ich kann. Ich kann nachladen. Machen wir. Machen wir. Dann rifeln wir in den Arm weg. Und den Kopf auch, so gut es geht. Jetzt haben wir zwar ein AP übrig, aber was soll's. Ups, voll gegen das Mikro gedatscht. Ja, können nichts mehr machen. Komm, quatsch noch ein bisschen mit uns. Oh, wir können jetzt nur noch den Torso angreifen. Interessant. Er haut schon gescheit zu. Da könnte man sich auch überlegen, den Soundtrack vom Spiel zu kaufen. Okay, ich wollte gerade sagen, nochmal draufhauen darf ich nicht. Ich habe, glaube ich, eh keine Produktion dafür. Muschi, muschi. Kids, deadlock. Okay. Dann zeig mal, was du noch draufhast. Mag das Protokoll, er holt sich den Arm zurück. Ja, ansonsten kann er nicht angreifen. Ey, zum Glück haben wir 60 Rüstung auf dem Arm. Ansonsten wird das richtig schmerzhaft sein. So, wir können den Arm rausnehmen. Ich möchte aber auch erstmal hier. Alles rausnehmen, außer dem Torso. Deswegen. Geht jetzt der Kopf löten. Geht jetzt der Kopf löten. Ah, schön. Ich repariere den Arm jetzt mal. Back in the game. Tschüss Arm. Es ist noch nicht vorbei. Ja, das wäre gut, wenn die Kämpfe halt wirklich so lang dauern würden. Wir hätten ihn schon vor zwei Runden platt machen können. Wuhu! Wuhu! Das ist so gut. Er kann das alles mit dem Torso machen. Mega-Punch! Jetzt ist er gebetet. Geben wir ihm den letzten Herzinfarkt. Ein Gesicht für die Augen! Nein! Nice! Ah! Wie gefällt dir das? Glückwunsch für den Sieg gegen Hayek Canyon Bolt und seinen unglaublichen Hyper Canyon. Hier ist eine extra Belohnung für eure bisherigen Erfolge. Team Cowboy erhält Amadello-Rumpf. Uh! Das hört sich nach Panzerung an. Wir werden jetzt Ihren nächsten Gegner anrufen. Oh! Das hört sich nach Raubzug an. Oh! Oh! Das ist die Welt Nummer 2 für euch! Nummer 2? Scheiße, Junge! Die letzte Partnights-Offizie-Bar ist jetzt offen. Seid ihr frei, um mit anderen Team und Piloten zu verabschieden zu werden. Wir fragen uns, dass ihr auf alle Zeiten verabschiedet habt. Bitte, um die privaten Hausaufgaben zu verabschieden. Schau dir das, Darlene. Ich und der Killahound haben hier ein paar Sachen zu tun. Ich kann nicht glauben, dass Canyon verloren hat. Das ist so unfair. Canyon ist so viel besser. Er ist der Heroin. Wie könnte er verlieren? Das kann nicht sein. Wer dieses Skript schreibt, ist ein totaler Idiot. Es ist... es ist... es ist ein schade Tag für alle Canyon-Fans in der Welt. Wir haben keine Wahl. DVD-Night. Lass uns unsere Gesichter mit Eiscreme, Schokolade und Regisse. Der Typ ist blau. Der weiß, wie man feiert. Und, flirtet ihr immer noch? Ich verstehe gar nicht, warum Menschen so attraktiv zu Alkohol sind. Ich meine, was ist der Vorteil, dass es komplett und wirklich verbraucht wird, bis zu dem Punkt, dass du nur ein nötiges Stück von Fleisch bist? Drink, um zu vergessen. Das machen sie alle. Weltherrschaft dank Alkohol, ja? Weltherrschaft dank Alkohol, ja? Und ruin their own lives by themselves. Teach me. Teach me how to do it. Okay. Listen up. Now this is how you make a killer. Margarita. Hehehehe. 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 Oh, you people. Close me up and get me high, Catman. I'm so happy right now, I could kiss you. Oh. Come any closer and I'll chew your face off into a popsicle of death. Uh, was? Never seen Duke this happy. He's drunk as a trunk. Oh, shut up, stupid robot. You don't even know what drunk is. Yeah? I'm seeing it right now. The very definition of it. Your mother would be ashamed. My mother? Oh crap. I gotta say, knife is amazing, you know? When I first met the guy, I thought he wouldn't amount to anything. Man, was I wrong. He's got an easy, optimistic way of living, but he's also a great pilot. How does he manage that? Here's the harshest training mind and body, dude. Wait, why are you listening to others' conversations for? Mind your own business. Sorry, dude. See what I'm saying? This guy's freaking unbelievable. Thanks, dude. Uncle Mike is the best. You with the cowboy. Nice fight. Thanks. I feel like mech battles as a sport are losing quality every year. Yeah, why? People are going soft. Not you guys, though. Good work. Victory should always be the combination of a good mech and a good pilot. Nothing more. I guess some people are going to learn that the hard way. Is there something troubling you? Hmm. There's some unfair play going on here. Maybe you noticed it? Okay. Erzähl mir mehr. Not really. I see. Well, send my regards to your pilot. We had a pretty good fight. Now, if you'll excuse me, I gotta go back to work. Hello? Erzählst du mir vielleicht mehr? Was? Ich finde es immer noch schade, dass wir nicht auf dem Klavier spielen können. Und jetzt wird auch mal ausprobiert, ob der Aufzug in der Nacht wirklich nur zur Bar geht oder ob wir auch in den Hangar gehen können. Denn das sagt mir hier Bar. Lass mal gucken, ob wir da links zum Hangar kommen. Ich glaube nicht. Nope. Hätten wir das auch geklärt. Passt. Und Feierabend. Atenzione all Mech-Pilots, please. This is an official final Fortnite announcement. Alright. Pilots No. 9 and 8 have been disqualified and will be returning home. Wer sind die? Wir empfehlen den restlichen Piloten nicht, die dieses Tournament'n fairer Spiel machen. Wir sind zu einer honesten Spiele. Alle Verlöger werden ausgelöst werden. Und welcher Typ? Okay, irgendetwas geht hier vor sich. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass da die Story leidet jetzt. Beim Final Fortnite, aber da gibt es ja noch ein paar Sachen. Nice. Freies Spiel, auf zum Hangar. Wer hätte es gedacht? Wir haben nicht so viele Optionen. Hast du gehört? Es scheint, dass Panshee eine Krieg verabschiedet hat. Also jetzt sind sie raus. Ich muss sagen, diese Leute sind nicht schuldig, dass das ein ernstes Tournament machen. Oh ja, ich arbeite immer noch auf dieser Info auf Ocean 5. Okay, was hast du denn bisher? Bekannt für Blockaden. Bekannt für Zurückstoßen von Gegnern auf kurze Entfernung. Tipps? Bei so vielen Armen weiß man nicht, welcher eigentlich trifft. Ohhhh. Okay, das ist krass, dass er so viele verschiedene Punkte zum Angreifen hat dann. Scheinbar Vierarme und Torso Kopf. Hell ist full of cheaters and pretenders. Es ist ein 24-7 Endless Party, du bist zu olden, zu genießen, und da ist kein woher zu sitzen. Sie spielen nur eine Song, die du am meisten möchtest, auf max volume. Jeder ist schuldig, und sie sind alle nacken, und scheinbar als hell. Und der einzige Sprache available ist Boilin' Hot Sugarless Black Coffee. Sie haben letzte Gen Video-Games, aber nur Soccer-Games. Oh, nein! Halt. Ich schaue Kuchen-Rezäupen. Ich will etwas schämen. Oh. Schön. Du solltest auf Margo's Ocean 5 beachten. Ihr Mecca ist gegründet. Sie ist ähnlich wie jeder andere Modell in der Welt. Ich sage dir, es ist nicht einfach, um eine Mecca auf zwei Legen zu bekommen. Es braucht die Hölle, um zu garantieren, dass ihre Legen nicht in ihrer eigenen Wege zerbrechen. Die Art und Weise, dass sie zwei mehr Arme auf diesem Mecca zu bekommen, das ist ein irgendwelche Ingenierungs-Mirakel, darling. Wie kann sie schämen? Ich bin ein langer Fan von Panshee. Ich habe alle ihre Sachen gesehen. Ja, ewig. Du bist doch erst seit drei Wochen oder so von der Erde raus. Ich kann es nicht glauben, dass sie versucht, einen Krieg zu lösen. Wir machen alle Fehler. Oh, sie ist für das zu süß. Awww. Hey, Mann. Ich fühle dich heute wie Pizza. Was denkst du? Ich schaue, dass sie es hier verkaufen werden. Oh, Mann. Pizza wäre aber schon geil. Gut. Dann hätten wir es für heute. Ab in die Koje. Ab in die Koje. So, ich hoffe, jetzt passiert irgendwas. So, ich hoffe, jetzt passiert irgendwas. Oh, nice. Trink es. Hey, ihr zwei. Geil. Die hatt ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Long time no see, mister. Wir passen nur durch. Ich dachte, um dir einen Besuch zu bezahlen. Wir sind bereit, uns zu treffen. Was meinst du? Oh, also du wirst noch nicht wissen, hm? Hm? Wir sind jetzt. Was? Final Fortnite und was. Ein cooles Ort, wo sie hier bekommen. Wie ein Bandit. Wer hätte gedacht, dass wir so weit weg sind, Wie cool. Oh, ich hoffe, die haben einen Mech, wo die zu zweit steuern. So wie die Twin Norita bei F-Zero. No. Hey, wir haben noch mal ein Besuch. Seems like Godworm never really stood a chance. Thankfully, we got our ways. You have no clue what you got yourself into. You and all those damned pilots. What the hell? This is much bigger than a stupid Mech tournament. If you knew better, you'd not stand in our way. I'm done cooperating with scum. I don't expect anything from you guys at this point. Get out of my way or don't. I'm gonna push you aside. Killer. Let's leave the hippie alone. Oh, so gut. So gut. So gut, da ist doch noch richtig was passiert. Sehr geil. Was auch immer die Vorhaben. 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 Wahrscheinlich hat Godworm's Team es in dieses Tournament gemacht. Godworm? Ich dachte, er ist tot. Er ist. Aber seine Regierungen sind nicht. Und es scheint, dass sie nichts tun, um gewinnen. So tun wir, Cat-Man. Ich sage, sie könnten ihren Weg durch oder was. Was? Nachdem die Panschi gespeilt wurden? Diese Leute haben ein bisschen Nerf. Aber das würde ihrem Ziel wahrscheinlich nicht dienlich sein. Die Leute sind Profi. Sie werden nicht alles offen machen. Wir sollten das nicht nur auf den Tournament-Kommittet nehmen. Habe einfach deine Augen gefeiert. Du schiebst etwas, nicht du, Cat-Man? Wer sind diese Leute? Wie kennst du sie? Ich habe gerade gesagt, dass sie mit Godworm arbeiten mussten. Das ist alles. Wir fokussieren wir uns morgen. Wir fokussieren wir uns morgen. Vielleicht hat das was mit dem Deal mit dem Devil zu tun? Du sagst, dass sie mit Godworm arbeiten mussten, richtig? Ja. Das bedeutet, dass wir mehr von Wormageddon in diesem Tournament sehen, wie der Typ, der mich verletzt hat? Nein. Könnte sein. Ich kann es nicht glauben. Wie haben wir das nicht vorhin gehört? Ja. Hast du das noch mehr? Nein. Ich habe es nicht beid, Cat-Man. Du bist zu fischig über diese Geschichte von dir. Was macht die Godworms Team hier? Sie schlägt mich. Okay, Kuchen. Ich werde sie in die Ballen kregen. Ich weiß nicht, was deine Geschichte mit den Godworms-Managerinnen ist. Aber lass es einfach nicht in den Weg gehen, was wir hier haben. Wenn es dich sicherer fühlt, dann kann ich mich auf den Cowboy während der Nacht behalten. Kein Sabotage auf meinem Weg. Godworm. Das Mech von seinem gibt mir noch die Gefühle. Und ich gehe jetzt wieder in die Koje. Bis in den ganzen Stress. Von dem Kampf mit Canyon-Bolt abschlafen. Zack. Rein da. Ich bin leider noch nie ver regime. Ich bin leider noch in den ersten Hass.